Du fängst mit dem Auto, wenn du unbedingt musst, denn du bist für Kultur und für den Umweltschutz und du hast den ganzen Tag Eronauten und Gott. So Kultur, sowas in Rock'n'Roll und niemand hier weiß, was ist das eigentlich noch so lohnt. Niemand kommt hier raus, niemand kommt hier raus, diese Welt ist keinen los. Niemand kommt hier raus. Du bist alternativ, du waffst, du bist wie, doch du bist doch nur so'n Mixer, schlimmer als jemand von der Heilsarmee und irgendwann schließt sich hinter dir die Tür und keiner und niemand kann was dafür. Und niemand kommt hier raus, niemand kommt hier raus. Dieser Welt, da ist keiner los. Hier kommt niemand. Hier kommt hier raus. Hier kommt hier raus. Hier kommt hier raus. Du denkst, du müsstest kämpfen, kämpfen um zu leben. Hier kommt hier raus.